Aufgrund der kontinuierlich ansteigenden Infektionszahlen in Österreich reagiert die Wiener Ärztekammer mit Verschärfungen. Ab sofort ist das Betreten der Räumlichkeiten der Wiener Ärztekammer nur noch mit der 1G-Regel gestartet. Sprich, all jene Personen, die voll immunisiert sind, also beide Impfungen Intus haben, bei Johnson & Johnson ist nur ein Stich notwendig, oder auch all jene Personen, die genesen sind und eine Teilimpfung Intus haben. Eine Ausnahme gilt für Ärztinnen und Ärzte sowie deren Rechtsvertreter. Für die gilt nach wie vor die 3G-Regelung, das heißt, sie müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Zudem gilt am Eingang eine Registrierungspflicht. Die unternimmt beispielsweise ein Mitarbeiter einer Security-Firma, der kontrolliert dann den Personalausweis, den Reisepass sowie auch den Impfnachweis. Für kammerfremde Personen, für die gilt auch noch zudem, dass sie am Eingang ihren Grund mitteilen müssen, weshalb sie in die Kammer eintreten wollen. In allen öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten, wie beispielsweise im Stiegenhaus, in Sozialräumen, im Veranstaltungszentrum, in den Gängen etc., da besteht für alle Besucherinnen und Besucher des Hauses eine FFP2-Maskenpflicht. Ja, mit den vielen über die Vorgaben der Regierung hinausgehenden Maßnahmen möchte man hier vor allem den bestmöglichsten Schutz aller Besucherinnen und auch vor allem der Mitarbeiterinnen gewährleisten. Ja, mit den vielen, vielen Dank.